Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferungen und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei REAPERS-Substantien deinen Rocket League Shop ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 14 Tage neu eintragen. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Peace Freunde, was geht ab? Ich bin bei REAPERS und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen, freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute schauen wir uns mal wieder die besten Drops in Rocket League an von Compilation Clips. Ich bin super gespannt. Lass ein Like da, lass ein kostenloses Abo da. Falls du noch am Start bist, schreib mal in die Kommentare, was das Krasseste war, was du gezogen hast. Check Compilation Clips ab und ich bin heute gespannt, was da am Start sein wird. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ein Titanium White Octane. Ja, so zum Schluss des Videos auch ziemlich kurz heute. 3 Minuten 46 schauen wir uns nur an. Also das Video an sich von mir wird dann heute auch nicht so lange. Ist, denke ich, aber auch mal ganz cool so am Wochenende. Deswegen würde ich sagen, let's go. So, mal schauen, was wir hier so am Start haben, Leute, von Compilation Clips. Ja, Diamond Games. Hier zu allererst mal einen seltenen Drop. Und ein Import Item. Titanweißer Merc. Ja, sehr cool. Sehr, sehr stabil auf jeden Fall. Kann man mitnehmen, würde ich einfach mal so sagen. Kann man mitnehmen. Oh, wieder. Jetzt bin ich gespannt. Und Import. Ja, ein gelber. Ne, lol. Flamethrower in Black. Ich dachte gerade, es wäre ein Octane in orange oder was er da hatte. Oh, grüner Octane. Ja, 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 grüner Octane. Grüne Octane. Sehr nice. Die weißen Zombas dazu. Ne, der hat einen einzigen Drop, Alter. Der zieht da jetzt sowas geisteskrankes raus jetzt. Oh, normaler Fennec. Er hat halt schon einen, ne? Ich muss übrigens mal wieder ein Fennec-Gewinnspiel machen. Ich habe noch sieben Fennecs oder so. Oh, bleh. Pöp. Oh mein Gott. Digga. Das ist schick. Er ist schick. Kann man mitnehmen, ja? Ja. Weird Flex. Und jetzt. Da kommt jetzt der Shit raus. Da kommt jetzt so der Shit raus, sag ich euch. Da wird jetzt irgendwie so ein Titanium White, weiß ich nicht, rauskommen. Ja. Ne. Standard. Digga, hat er gerade erst auf den Standardboost in Weiß gezogen, Digga? Wild, Alter. Wild, Alter. Wirklich. Oh, lol. Oh mein Gott, Digga. Sind das die schwarzen DCs? Ich weiß es gerade nicht. Dafür kenne ich mich zu wenig aus, aber ich glaube ja, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Red Octane. Okay. Auch schön. Die sind auch schon bei der 2 angekommen. Ich sage ja, das Video ist unfassbar kurz heute. Aber kurze Videos mal schaden auch nicht. Er zieht den Standardboost in Schwarz. Der ist sehr viel wert. Ich weiß nicht. 30 Euro Roundabout. Locker. Sehr, sehr schöner Boost. Titanium White Octane, Digga. Bro, es war klar, Digga. Es ist immer so. Titanium White Octane kommt immer, Alter. Das ist so geisteskrank, Digga. Es ist so geisteskrank, die Freude. Boah, Ehre, Alter. Ja, Freunde, an der Stelle war es schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, auf jeden Fall, dass euch hat es wieder gefallen heute. Lass ein Like da, lass ein kostenlos Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, was du so gezogen hast. Checkt unbedingt meinen Partner ab. Rocket League Exchange. Da kriegt ihr mit meinem Code Reapers 3%. Könnt ihr alle Rocket League Autos und Items kaufen. Falls ihr irgendein Item wirklich unbedingt mal haben wollt, dann kauft es euch einfach da. Da kommt ihr einfach super günstig bei weg. Ist super geil. Habe ich mir auch mein Titanium White Octane gekauft für 50-60 Euro. Checkt das aus. Wir sind es beim nächsten Mal von euer Berger. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.